jo leute was geht ab willkommen zu einem neuen training tipp auf meinem kanal heute in diesem video zeige ich euch auf jeden fall einen krassen investment trainiert dies und vieles mehr auf jeden fall in diesem video bevor ich jetzt auf jeden fall mit dem video rein starten möchte ich auf jeden fall kurz sagen dass es sein kann dass vielleicht die audioqualität nicht ganz so gut ist ich weiß leider nicht genau woran es liegt ich habe auf jeden fall jetzt ein neues equipment wir sind hinter mir den green screen den ich auf jeden fall wie ihr seht auch am anfang benutzt habe mit dem ich auch öfters arbeiten werde und dazu habe ich auch noch was ich natürlich euch noch kurz zeigen kann ein kleines mikrofon bekommen und deswegen muss ich mal das noch alles einrichten ob das alles so passt schreibt mir das auf jeden fall mal bitte gerne in die kommentare und dazu wie ihr seht es kommt jetzt auf jeden fall wieder aktiv videos ich brauchte einfach eine kleine hauszeit jetzt würde ich auf jeden fall aber versuchen wieder mit youtube durch zu starten und wenn ich ehrlich bin war es auch wirklich wo ich etwas zwei wochen lang keine videos gebracht habe echt eine sehr sehr lange zeit und ich habe es echt vermisst für euch videos zu machen aber jetzt möchte ich auf jeden fall versuchen wieder mit youtube durch zu starten und das natürlich auch mit euch und ja jetzt auf jeden fall aber ich nicht mehr so viel wir gehen jetzt auf jeden fall in den trading tipp let's go wie vielleicht viele von euch wissen hatte ich mal ein trading tipp hochgeladen wo es um die liegen spcs geht wo man am besten investieren sollte und heute habe ich jetzt sozusagen einen zweiten teil noch mal dazu wo man eventuell gut investieren könnte dazu habe ich gesagt gerade angesprochen die liegen spcs ich zeige euch auf jeden fall noch mal alle liegen spcs die aktuell draußen sind und natürlich sind das erst acht liegen da fehlen auf jeden fall noch viele und ich habe jetzt einfach mal überlegt wo könnte man auf jeden fall gut rein investieren ich habe jetzt hier eingegeben qualität silber dann haben wir die liga bundesliga genommen und das ist einfach mal angefangen mit der verteidigung dazu möchte ich euch schon mal sagen dass eigentlich immer die verteidiger die meisten sind die am meisten meinen gegen spcs steigen und ich schaue auf jeden fall nach wo die ungefähr so liegen ihr seht hier so 350 kosten so ungefähr die nonwares und die unterhalt die spieler etwas höher auf jeden fall habe ich mir dann auf jeden fall gedacht auf jeden fall da rein zu investieren so auf die nonwares so 300 münzen zu bieten und auf die spieler 400 münzen ungefähr seht ihr auf jeden fall hier im hintergrund wir können euch noch viel höher bieten klar aber ich glaube dann es kann sein dass ich die gewinnspende nicht mehr so groß ist und wenn natürlich auch gar nicht kein verlust damit machen möchte ist natürlich auch klar jeder spieler steigt nicht genauso wie der andere oder sich auch klar ihr müsst auf jeden fall schauen wie sich der markt fällt um in diese spiele auf jeden fall zu investieren und ich kann euch auf jeden fall jetzt schon mal sagen dass ihr da auf jeden fall menschlich sind ziemlich abstoßen und sobald dann die liegen spc draußen es könnte damit auf jeden fall echt sehr sehr viele coins machen ich habe jetzt einfach gemacht dass ich auf die real spieler 400 biete und auf die anderen 300 auf die nonwares spieler müsst ihr selbst entscheiden wie ihr es macht auf jeden fall müsst ihr danach schauen wie aktuell die preise sind ich meine die preise tun sich auf jeden fall immer ändern das machen wir natürlich auch noch beim mittelfeld ich meine trotzdem wie gesagt ich glaube eher dass natürlich die verteidiger die meisten sind wo man auf jeden fall investieren würde trotzdem habe ich mir auf jeden fall auch ein paar mittelfeld spieler mitgenommen aber ich glaube wenn ich ehrlich bin ist glaube ich auch immer meistens so dass da auf jeden fall die verteidiger am meisten steigen aber natürlich könnt ihr das auch mit den mittelfeld spielern machen oder mit den angreifern oder auch mit den toyhutern mit den toyhutern würde ich euch das eher nicht so empfehlen weil die gewinnspanne eher nicht so groß ist ich meine wie gesagt ist natürlich ein investment trading tipp natürlich muss eigentlich diese spc kommen aber man kann natürlich nie zu 100 prozent sagen ob wirklich auch diese spieler dementsprechend so viel steigen aber ich glaube trotzdem wenn ihr euch da auf jeden fall ein paar spieler mitnimmt ihr müsst auf jeden fall trotzdem der gewinn da und ja also natürlich könnt ihr das auch mit anderen ligen machen ich habe jetzt hier euch einfach mal als beispiel die premier league gezeigt ich meine die premier league ist an sich eine sehr gefragte liga und dazu muss man auch leider sagen weiß man ja nicht genau wann diese ligen spcs rauskommen das kann irgendwie heute sein oder was weiß ich oder erst in zwei drei monaten das ist ja immer unterschiedlich auf jeden fall könnt ihr es nicht auch mit anderen ligen machen ich mache jetzt zum beispiel auch mit der premier league bietet also ungefähr auf den univers 350 und auf die wehrspieler so 450 weil sich da wie gesagt die preise ändern das meine ich auch vorhin damit dass sich natürlich die preise immer etwas ein bisschen ändern natürlich könnt ihr da einfach mal schauen wie es am besten passt euch natürlich ein bisschen die preise anschauen und natürlich zeige ich euch natürlich auch dass ich natürlich auch viele spieler bekommen ihr seht sogar ich habe sogar neue spieler für 350 münzen bekommen also ich würde euch auf jeden fall auch empfehlen dass ihr das eventuell in der nacht macht da kriegt er ja die meisten spieler habe ich auch teilweise eine nacht gemacht ist auf jeden fall glaube ich ein bisschen schlauer weil da bietet glaube ich nicht so viele mit und da ist auf jeden fall die gewinnspanne etwas größer und sobald dann die liegen spc rauskommt kann es sein dass ich mit den spielern hier mal eben 50k mache oder noch mehr das kann man natürlich nicht genau sagen ich würde sagen das war's jetzt mit dem training tipp ich hoffe ich konnte ich damit weiterhelfen heute mal ein bisschen anderer training tipp noch ein bisschen mehr darauf eingegangen natürlich könnt ihr das auch wie gesagt auch mit den anderen liegen machen ich würde sagen das war's jetzt mit dem video schreibt mir bitte noch mal in die kommentare ob das jetzt alles mit der mikrofon qualität passt oder ob ich da noch mal etwas ändern soll und wenn ich auf jeden fall der training tipp gefeiert und ich euch damit weiterhelfen konnte würde ich mich auf jeden fall sehr über ein like und ein abo von euch freuen ich würde sagen ich bin raus haut rein weiter bis zum nächsten mal und ciao